so wieder zurück ihr wisst nicht wie kalt es ist hier und wenn ihr wollt hier ist das casino wenn ihr fragt wo ist das casino wo ist es sehen dann sag ich euch dort vorne seht ihr den münster ja dorthin gehen wir jetzt und wenn ihr ein casino suchen wollt ihr saugen in der möglichkeit aber ich sag euch es ist kalt vor allem wenn es windet ist es ist noch kälter aber es ist wunderschön ich wollte euch noch etwas zeigen und zwar seht ihr das dass du so geschlossen ist hier ich finde euch noch aber offen dort sieht die wahl hier überall solche kleine unterirdischen wege ja auch wenn ihr wissen 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 wollt was das ist schaut hier das einer das einer also und hier der zwischenräume alles leben von vorne bis hinten ja zeige euch das noch später aber zuerst erstmal wollte ich euch den münsterplatz zeigen wenn man ja wenn man nicht in den fitnesscenter gehen kann normalerweise würde der platz hier voll sein aber schaut euch das an schaut euch das an ist alles alles leer hier oben seht ihr den münster ist wie hoch es ist absolut amazing was es alles dort gibt es noch bis bei der kamera so sehen kann aber dort dort oben seht ihr die detailreiche dort das ist unglaublich das ist unglaublich also da wird mir gefällt die alte die alte kunst die alte kunst Ich würde gerne reingehen, aber leider ist alles toll, hier würde der Eingang sein. 12 bis 16 Uhr, 12 bis 16 Uhr, wir sind nicht so früh aufsteher wie ich, aber ich wollte euch noch das andere zeigen, gehen wir wieder zurück und eben, seht ihr hier, zeige euch das mal. Seht ihr das, das hier gibt es überall dort vorne den Laden, hinten den, wie so, immer wieder, immer wieder, immer wieder die gleichen sind. Laden, eine Tür. Es geht immer so weiter. Wenn ihr wisst, was das ist, lasst es mir wissen unten in den Kommentaren. Wenn ich etwas sehe, was offen ist, zeige euch das sicher auch noch. Ich habe schon erwähnt, dass es kalt ist. Jetzt habe ich wieder Sonne. Ich muss jetzt Richtung Sonne fahren. Hier hinten. Überall. Aber wenn wir nach vorne gehen, sehen wir sicher noch. Ah, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Also. Wie gesagt, wir haben hier einen Laden. Und hier unten. Noch einen Laden. Hier. Hier. Die Tür, die offen ist. Und unten nochmal. Es ist, es ist wirklich toll. Die Stadt an und für sich ist toll. Und viel zu sehen. Highly recommended. Kommt her. Schaut uns an. Genießt es. Zeit nicht so früh da wie ich. Gebt euch Zeit. Lasst euch Zeit. Und dann kommt das schon gut. Wenn ihr so früh da seid, sind die, die meisten Läden. Haben die gar nicht geöffnet. Ich glaube, sie haben auch irgendwo eine andere Uhrzeit. Dann oben geht's. Ich liebe euch alle. Aber das Beste ist, ihr habt viel zu sehen hier. Architektur ist mal eins. Dann viele Sehenswürdigkeiten. Verschiedene Plätze. Und auch die Altstadt ist auch noch schön. Also wenn ihr wirklich Zeit verbringen wollt, könnt ihr hier. Ja. Das alles tun. Also einen Besuch ist es wert? Ja, auf jeden Fall. Jede Stadt hat einen Besuch wert, ja. Wow. Wir kommen vom Schauen nicht mal weg. Sorry, dass ich so wenig rede, aber mir gefällt die Architektur und alles. Oh, sorry. Geil. Wir haben hier so viel zu sehen. Schöne Atmosphäre hier. Weiß nicht, ob man das sieht mit dem Spiegel-Effekt. Aber wir sind hier schon mal auf die Strasse. Ah, und hier in der Schweiz, wenn ihr Straßen überqueren wollt, dann macht das über den Zeberstreifen. Das sind die gelben Dinger, die gelben Dinger dort. Aber jeder, jeder Idiot, der Auto fährt, muss anhalten hier. Das war voll geil. Mal sehen, woran wir uns hinführen. Mal sehen, wo uns ein Weg hinführt. Aber hier war ich schon mal. Aber hier war ich schon mal. War von hinten, kam von hinten hier rein. Mal sehen, wo er uns noch weiter kam. Und wir sehen, wo die Wege hinführt. und sinnvoll. So alles gut, safe. Bern ist ja gar nicht los. Oh, wir haben Bären gesehen. Und Bären, ja, der Name Bären kommt ja von den Bären. Aber Schnee, überall liegt Schnee oben. Das heißt, es wird langsam, 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 langsam wird das, wird das Winter. Und hier, schaut euch den an, den kleinen Bären. Hallo mein Süßer. Wow, aber überall hier so Bänke, das finde ich so toll. Man kann hier die Zeit verbringen, natürlich in der Kälte. Da unten sicher ein Sportplatz, so wie es aussieht. Das ist ein Sportplatz hier unten. Ja, deswegen gibt es nichts für euch. Ne, Richtung Schnee gehe ich noch nicht. Wow. Die Grenze, die Grenze ist ja immer. Wie es schon da oben ist, ist Schnee. Kalt. Aber so richtig kalt. Wollen wir etwas Warmes trinken? Ja. Geh mal hin. Wir sehen uns gleich. Oh, warte, warte, warte. Habe das gesehen. Und zwar, Plattform. Aber das heißt, dass ich näher in den Schnee muss. Hier könnte man auch durchlaufen. Hm. Falls ihr wohnen wollt. Und das ist schon ein Eitenheim. Und das ist schon ein Eitenheim. Das ist ein Parcours dazu rundherum. Je weiter ich runtergehe, muss ich später wieder rauf. Jetzt noch so nice. Und falls ihr fragt, warum nimmst du nicht ein Taxi? Ein Taxi muss ich noch versklaven lassen. Ja. Nicht jeder in der Schweiz ist reich. Wir haben nur, also die Ärmsten von uns haben nur eine Million auf der Seite. Also, wir sind nicht alle reich. Die Linke kann man auch nicht. Schaut gut. Hallo. Ja. Sehen wir. Gehen wir. Ehrlich weiss ich gar nicht, wo wir sind. Was wir machen. Wir haben ja per Zufall mal den Münster gefunden. Was haltet ihr von dem? Jetzt können wir ja nächstes Mal, wenn wir in Bern sind, im Sommer 5 Sterne Residenz mal ausprobieren, wie das ist. Nehmt mich runter. Aber ja. So viel Snob, wie sie aussehen. Das sind einfach die Neureichen. Die nicht so super reichen. Die sind alle abgehoben. Ja. Das ist meine persönliche Meinung. Versellt mich nicht falsch. Vielleicht gibt es auch die Neureichen, die auf dem Boden geblieben sind. Aber die, die ich kenne, leider nicht. Die sind alle abgehoben. Ja. 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 Big beam. Oh. Oh. Oh, was ist das? Oh, der Kloster. Oh, nach der ersten Vertreibung der Juden aus Bern. Interessant. Ganz schön. Sonnen. Sieht das nicht schön aus? Ne. Da oben mit der Glaskuppel, der Kultkuppel. Oh. 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 Nice. Schau doch das an. Das hier. Dort. Sieht das nicht aus wie in Berlin? Hat das in Berlin nicht auch noch so einen kleinen, so eine Kuppel mit Gold? Oder grün. Genau. Ich sollte mich jetzt umschulen und nur noch im Sommer reisen oder im Winter die Schweiz verlassen. Es war nicht so kalt, als ich vom Hotel raus ging und jetzt wird es immer viel kälter. Aber ja, das war's von heute, mehr gibt es Wartemaschinen, die zweite Geschichte. Ah, interessant, da ist ein Tor, also das war alles zu, ringsherum in Bern, siehst du hier. Oh, sogar jüdisch, interessant, hier noch für euch, meine jüdischen Freunde. Die Architektur ist einfach unglaublich. Parlamentsgebäude. Zum Parlamentsgebäude. Mal schauen. Das ist abartig, ja. Oh, wo die aussehen? Hey, richtig nice, schaut das an. In so einem Parlamentsgebäude, wo die aussehen, schaut das an. Wow! Hey Leute, was ist das dort? Warte, 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 das da? Oh, das verleitet mich zum Rutschen hier. Aber es war kalt. So lässt es sich leben, wirklich. Aber immer, immer, immer so Bänke, sieht hier. Wow. Oh, ein Fahrrad. Oh, die Schleuse, sieht das jetzt? Das sind die Schleuse, oder was soll man das für... Es gibt so viel zu sehen hier. Das ist nicht so... Ich weiß nicht, was ich sagen. Diese Brücke wollten wir nicht nehmen. Warte, schnell, so. Diese Brücke wollte ich nicht nehmen. Wir sind von der anderen Brücke hergekommen. Aber sah du das an, das ist wohl nicht schön. Oh, ein Schwimmbad. Ich denke, das ist ein Schwimmbad dort. Hey, ist einfach nice. Ihr habt jetzt so viel zu sehen hier. Aber die Sonne kommt da draus. Es hat zu viel Schnee, aber egal. Oh, ist das kalt. Wie gesagt, alles was man runter geht, muss man wieder rauflaufen. Das ist gar nicht so schön. Aber ja, die Aussicht ist wunderschön. Das ist super. Oh, ist arschkalt hier. So. Ich weiß, ich wiederhole mich immer. Aber es ist wirklich kalt. Warte, sorry, dass ich nicht so viel rede, aber schaut euch das an. Schaut euch die Dinge. Mit dem Gesetzbuch in der Hand. Schaut euch gemmig rein. Schau mal. Hier. Da waren so die Schweizer rein. Es ist wirklich schön hier. Oh, Kunst-Eisbahn. Wow. Und hier nochmal. Der schaut schon nicht so grimmig rein wie da. Jetzt sehen wir uns mal Kunst-Eis-Laufbahn an. Kunst-Eis-Laufbahn. Kunst-Eis-Laufbahn. Kunst-Bahn-Eis-Laufbahn. Kunst-Bahn-Eis-Laufbahn. Hier muss ich nach die Straße schauen. Und weiter geht's. Ja. Ich glaube das ist der Marktplatz hier. Nein, Bundesplatz. Entschuldigung. Bundes-Platz. Das Bundeshaus. Bundes-Platz. Ja. Und jetzt hatten wir es. Kann man schön hingleiten. Das ist richtig nice. Jetzt weiß ich, wieso so viele Polizisten hier rum sind. Mit dem Bundesplatz. Das ist ja ganz klar. Schaut doch das an. Sieht schon hammermäßig aus. Seht ihr das? Seht ihr da oben? Warte mal schauen. Es ist einfach nice hier. Ja. Jetzt weiß ich nicht wo wir sind. Also Bundes-Platz sind wir hier. Also müsste ich nach heute sein. Aber meine Leute. Das war's von heute. Wir sehen uns nächstes Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Und bis. Ich wünsche euch alles Gute. Ganz auf die drehe. Wir sehen uns nächstes Mal. Wir sehen uns nächstes Mal. Wir sehen uns nächstes Mal. Wir sehen uns noch mal. Wir sehen uns né. Wir sehen uns. Wir sehen uns.